Willkommen zurück zu Mass Effect. Wir sind hier auf Eden Prime letzte Folge angekommen und ja, sollen hier nach irgendeinem komischen Gerät finden. Ich habe wieder vergessen, was das ist. Oh Gott, was war hier los? Hier haben wir zwei Mitstreiter scheinbar. Das Spiel ist echt so alt. Oh, das sind scheinbar die ersten Gegner hier unten. Arcade, Jenkins, Shepard. Alles klar, hier kann ich sehen, was die haben. Drücken sie zum Feuern und legen mal aus das. Ja, okay. Okay, das ist gar nicht einfach. Oh lol. Was war das? Also mit R lebt man nicht nach. Was zur Hölle sind das für Dinger? Gaston, keine Sorge, die sind harmlos. Okay. Wenn die harmlos sind, kann man hier. Oh Gott, was ist hier geschehen? Okay. Riecht nach Rauch und Tod. Achso, was kann man denn hier? Shepard, Caden, achso, da kann ich denen sagen, was sie für Waffen nehmen sollen. Okay. Alles klar. Ihr nehmt mal beide, beide das. Ich nehme das, was ist das? Also das sind meine Fähigkeiten bestimmt, ne? Okay. Aha, da muss man ja auch noch aufpassen. Ach hier, Shepard, Warp. Alle nahestehende Feinde und Objekte stemmen. Ach, nehmen Schaden, also whatfuck. Sie werden anfälliger für weitere Schäden. Alles klar. Geworfen werden, alles klar. Was ist das? Bewegen, angreifen, Position halten, alles klar. Werfen, Sabotage, Overkill. Alles klar, das sind also deren Sachen. Warte mal, aber jetzt habe ich meine Waffe nicht gewertexelt, ne? Ja, genau. Verdammt! Okay. Ey, man muss ja mal schießen, ne? Oh ja, das Wasser. Okay. Geht's da hinten wahrscheinlich weiter. Aber was ist das, was ich die ganze Zeit werfe? Jetzt habe ich noch drei davon. Was bist du? Und Taktik hat, ja. Kühlkörper, Waffen Upgrade. Das nehmen. Okay. So, achso. Ah, ja, alles klar. Okay. Also kann ja so in Deckung gehen überall. Ja, alles klar. Shift ist Sprinten. Jetzt weiß ich nur noch nicht, wo ich hin muss. Wahrscheinlich dahinter, ne? Ich habe ein bisschen mehr Leben als die anderen Jungs. Jetzt hatte ich hier doch, klicken wir auf den Filter. Okay. Kann ich jetzt hier durchklicken. Jetzt habe ich hier den Kühlkörper absorbiert und leite die Hitze ab. Schaut hier. Bitte Absorption, alles klar. Für Lancer. Kann ich das auch hier ran bauen? Ja, ich kann das überall ran bauen. Okay. Aber das ist wahrscheinlich hier das Sinnvollste, hm? Aber wie kann ich das da ran bauen? Ah, jetzt hat es den Kühlkörper drin. Alles klar. Ah, ja. Okay. Erstmal will ich es wieder in so ein neues Gameplay hier reinzufuchsen, ey. Okay, mit dem kann ich nichts anfangen. Das sind nochmal solche komischen Gas-Dudes. Okay. Okay, hier. Oh, alter. Es ist echt so schwer, wie es aussieht. Sie sind an der Stufe aufgestiegen. Drücken Sie nach dem Stufe aufgestiegen um ein Bildschirm zu aufzurufen. Okay. Klicken Sie auf ein Talent, um Punkte zuzuweisen und es zu verbessern. Bewegen Sie die Maus über das Talent, um weitere Informationen dazu erhält. Willen Sie... Jedes Kopfkollektor aus, um diesen Punkte zuzuweisen. Ah ja, alles klar. Das ist der andere gerade wahrscheinlich gestorben, ne? Basispanzerung, Werfen, Warp, Barriere. Okay. Nach einer Zeit Werfen, Heben, Warp, Singularität. Schmeicheln... Alles klar, das sind wahrscheinlich in Dialogen, ja genau. Einschüchtern, Verbesser... Alles klar, das ist auch Dialog. Pistole. Wie viel habe ich denn überhaupt? Gesundheit von zwölf. Steht das ja irgendwo... Ach, sechs Punkte habe ich, alles klar. Äh, ich glaube wir brauchen Panzerung. Wieso kann ich Pistole nicht plus machen? Selbst unser Beschuss für einen Teil deiner Schill ist wieder hergestellt. Sehr schön. Coole Sache. Ich... 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 Was ist das? Barriereverlet... Klingt doch sinnvoll. Dann haben wir jetzt hier noch den anderen Dude. Er hat... Null Punkte. Okay. Achso, der ist auch... Der achte und der ist schon. Okay. Also man levelt also immer gleich... Also ja, das habe ich jetzt eingestellt, ne? Automatischer Stufenaufstieg. Trünnig. Vorbildlich. Achso, das sind jetzt meine Gesinnungen hier scheinbar noch. Alles klar. Aber der Dude ist jetzt tot, ne? Ja. Sieht so aus. Sein Schild wurde förmlich zerfetzt. Er hatte nicht die geringste Chance. Äh... Wir werden uns darum kümmern, dass er nach Ende der Mission eine angemessene Feier bekommt. Genau. Aber jetzt brauche ich meine volle Konzentration. Jawohl, Sir. Kann ich den jetzt noch looten? Ne, der ist verschwunden. Jetzt ist er weg. Okay. Ich dachte, ich könnte ihn ja wenigstens noch looten. Der Kumpel tot, erstmal looten. Genau. Ja, ist klar. Ich habe hier ein paar ausgebrannte Gebäude, Shepard. Unzählige Leichen. Ich werde mich jetzt umsehen. Ich versuche sie an der Ausgrabungsstelle einzuholen. Eden Prime wird nie wieder wie früher sein. Aber das bleibt doch mal stehen. Ziele überprüfen. Es könnten unsere Leute sein. Warte mal. Wir kriegen doch diese Taktik-Dings, ne? Okay, denn der ist ja jetzt nicht voll Leben. Wie? Was ist das? Sammeln. Achso, das hat eine Abklingzeit. Das heil Dings. Alles klar. Gift-Siegel 1. Rüstungs-Upgrade. Okay. Alles nehmen. Also könnte ich das jetzt rein theoretisch dann im Inventar auf Rüstung. Und dann kann ich jetzt hier das Gift-Siegel. Alles klar. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen Gift-Schild. So. Der Abklingzeit ist immer noch da. Jetzt haben wir ja die Hitze-Reduktion, ne? Ist vielleicht besser, wenn ich die Waffe... Alter, die hat aber auch eine riesige. Oh, Leute. Halt mal. Stopp mal kurz. Ich treffe doch nur mit der Pistole. So, kann ich den jetzt heilen? Lass doch mal stehen, Junge. Oh, Leute. Das sind noch Gegner. Ja. Ja, alles klar. Kann ich so einfach... Hat er mich getroffen? Ja. Scheint so. Jetzt kriege ich jetzt immer Experience und so weiter. Alles klar. Okay, das Spiel ist relativ einfach zu verstehen, so wie es aussieht erstmal. so grundlegend zumindest. Wer ist ein R? Achso, das sind Verbündete, ja? Auf jeden Fall ein gutes Schild. Warum rennt sie denn dann, wenn sie so ein geiler Schütze ist? Okay. Au. Au, 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 au. Das tat glaube ich ein bisschen weh, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. Okay. Ist der tot? Ja, tot. Danke für die Hilfe, Commander. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe. Gunnery Chief Ashley Williams vom 212. Haben Sie hier das Sagen, Sir? Geben Sie mir einen Statusbericht, Williams. Wir patrouillierten gerade das Gebiet um die Ausgrabungsstätte, als sie angriffen. Wir haben noch versucht, einen Notruf abzusetzen, aber sie haben unsere komplette Kommunikation gekappt. Seitdem kämpfe ich um mein Leben. Was ist mit dem Rest ihres Quads passiert? Wir versuchten Kehr zu machen und zum Sender zurück zu gehen, aber wir gerieten in einen Hinterhalt. Ich glaube nicht, dass noch einer der anderen... Ich glaube, ich bin als einzige übrig. Okay. Haben Sie eine Ahnung, mit was für einem Feind wir es hier zu tun haben? Ich glaube, das sind Geht. Die Geht haben den Nebel seit 200 Jahren nicht mehr verlassen. Warum sind sie jetzt hier? Sie müssen wegen des Senders hier sein. Die Grabungsstätte ist in der Nähe. Gleich hinter der Anhöhe. Er könnte noch da sein. Wir könnten Ihre Hilfe gebrauchen, Williams. Jawohl, Sir. Es ist Zeit für eine Revanche. Los geht's. Krasser Ficker, Alter. Das Sturmgewehr, Banshee. Äh, okay. Nehmen wir. Achso, jetzt habe ich hier die Banshee zu... Naja. Die hat einen Lancer. Was ist ein... Ach, ist Banshee 3 sogar. Okay, achso. Die haben jede Waffe. Die hat ihren eigenen Scheiß. Alles klar. Ja. Du hast keine Punkte. Du hast keine Punkte. Du hast keine Punkte. Wir haben alle keine Punkte. Und das ist doch alles cool. Attraktiv und Hammer, okay. Nehmen wir. Leicht, Mensch. Skorpion 1. Okay. Gucken wir doch... Ne, warte mal. Gehen wir mal auf U hier. Ne, U war das Falsche. Gehen wir mal auf I. So, wir haben jetzt hier die Pistole. Das ist ein... Sturmgewehr. Lente 1. Bio-Verstärker. Ah ja. Alles klar. 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 Okay. Also das ist eine ganze neue Rüstung gewesen. Das ist ein bisschen Dote hier. Alles klar. Alles klar. Alles klar. Alles klar. ich ja man muss sich also die machen mir keinen schaden warum spießen jedes mal unsere leute hier auf das ist die grabungsstätte der sender war genau hier er muss bewegt worden sein wirklich von einem unserer leute oder von den geht schwer zu sagen vielleicht wissen wir mehr wenn wir das forschungscamp erreichen glauben sie jemand konnte hier lebendig entkommen mit viel glück vielleicht verstecken sie sich im camp es liegt direkt auf dieser anhöhe die rampe da hoch kleine planänderung scheppert vor ihnen liegt ein kleiner raumhafen ich will mich da mal umsehen ich warte dort auf sie schnell speichern ja wir drücken mal f6 schnell speichern hier mal an der stelle hier bench hier also noch ein sturmgewehr pistole striker und kühlkörper waffen abgelten nehmen wir alles damit sind wir die stöfe aufgestiegen geil du kriegst die pistole warte mal kühlkörper ja ok also der schaden ist höher die schüsse bis zum hitze nehmen das gleich präzision ist halt niedriger das ist nicht so schlimm wenn du mich fragst ein bisschen weniger präzision und jetzt bauen wir den kühlkörper dann ein und dann ist das ding nämlich ziemlich nice sehr schön gehen wir jetzt auf den anderen dude und er kriegt dann lancer lancer nein das verglichen schüsse bis zum hitze limit dann kriegst du auch die knarre das ist besser einfach genau gehen wir jetzt noch auf u jetzt habe ich hier drei points repanzerung des werfen brüte tja ich kann halt hier noch irgendwie nichts machen oder es ist mir ausgegraut weil ich da überhaupt nie was machen kann so nachteil ist halt für werfen eben auch ich nehme mal das mit das mit elektronik vergeschaltet ok ok der hat null punkte ach so der hat jetzt kriegt es einfach elektronik also ok ich muss ich die nicht mit gehen oder gehen die sich automat ich habe hier ist nicht so ganz was soll die wurde schon gespielt ach so dies kinder dann irgendwie automatisch alles klar naja gut wir gehen wir mal weiter aber offenbar hat es das camp schwer erwischt guter platz für einen hinterhalt halten sie ihre waffen bereit warum werden die sind alle gefehlt man sie leben noch was haben sie geht ihnen angetan ok warten sie auf erst er er ok das ist ein sogenannter husk ok kranker shit alter oida manche explodieren manche explodieren nicht es ist ganz schön weird hier drinnen ist irgendwas hier komme ich also auch rein nice was haben wir denn hier leicht menschsturmgewehr schrotflinte alles nehmen auf jeden fall kranker shit man die tür sie ist verschlossen das sicherheitsschloss ist aktiviert äh ah ja alles klar ist ja cool aber hinten war noch irgendwas das will ich mir erstmal holen bevor ich da rein gebe mit universal gehe kann ich das eröffnen also das man kriegt ja schon so viel scheiß zu ist der lancer das macht halt nochmal mehr schaden ist aber unpräziser ok das kriegt der ne 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 du kriegst des du machst richtig schön böller schaden jungen shepherd nimmt die schr ok shepherd nimmt die schrotflinte nicht alles gibt leicht mensch die hat keinen schutz vor dings ok die ist also scheiße und die ist auch scheiße ok also gibt sie für niemanden kurz gesagt machen wir hier mal auf menschen dem schöpfer sei dank beeilen sie sich machen sie die tür zu bevor sie zurückkommen haben sie keine angst wir werden sie beschützen danke aber ich denke das wird nicht nötig sein es sieht aus als wären alle weg sie sind dr warren sie leiten hier die ausgrabung wissen sie was mit dem sender passiert ist er wurde heute morgen zum raumhafen gebracht manuel und ich blieben hier um beim abbau des camps zu helfen als der angriff begann konnten die marines sie lange genug zurückhalten damit wir uns verstecken konnten sie gaben ihr leben um unseres zu retten niemand ist gerettet die ära der menschen ist zu ende bald schon wird es nur noch leichen und ruinen geben williams bringen sie uns zum raumhafen sie können es nicht aufhalten niemand kann es aufhalten die nacht bricht an die finsternis der ewigkeit captain schisser du wirst dich besser fühlen sobald die medikamente wirken alles klar aber auch hier an der stelle würde ich sagen bevor wir in diesen raumhafen mal einspazieren wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag und bedanke mich fürs zusehen lasst einen kommentar da lasst einen like da und abonniert falls ihr das noch nicht getan habt ja wie gesagt vielen dank für eure aufmerksamkeit und dann haut da mal rein tschüssi tschüss tschüss